Ja, hallo, meine lieben Zuschauer. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von GTA 5, 6, wollte ich jetzt schon sagen. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und weiter geht's. Ein Fahrradfahrer durch die Spoochee-Page? Okay, Dad, ich habe nur das Ding, was euch zeigen will. Hey, es ging so gut, bis ihr kamen. Du kennst das? Ah, okay. Steht da draußen? Ne, natürlich nicht. Ja, dann auf zum West-Boochee-Beach. Was uns da wohl erwartet. Man hat ja immer gesagt, so Watchdog ist ja so ein bisschen der, ah, verdammt, der, ähm, GTA-Klonen, aber ich finde, dass es GTA einfach viel, viel besser spielt, viel besser steuert, die Autos, ähm. Ah, mit Zielwasser bin ich heute nicht gesegnet. Ah, labern nicht so viel. Das war gar nicht meine Musik, aber... Hier sind wir, in dem Fahrradfahrtplatz. Oh, nervt mich nicht, Junge. Äh, welches nehm er denn? Hey, du! Das rote Gefällt mir. Ich nehme diesen. Wenn ich es zu Ende des Piers erst mache, dann verkaufst du mir eine große, neue Flatschkarte. Was davon träumst du ja wohl? Loser. Loser. Ups. Also, man führe ich. Ich nehme den Wunsch. Hey, ich glaube, sie haben die Video-Games für Fitness-Videos-Videos-Videos-Videos-Videos-Videos-Videos-Videos-Videos-Videos-Videos-Videos? Die Bordwäckung ist nicht zu Ende des beiden. Du bist nicht zu Ende. Das ist es nicht. Das sind die beiden von Dingen. Was ist das? Wenn ich einen Herzattacken habe, dann fällt es dir falsch. Ui... Ui... Slalom-Videos-Videos-Videos-Videos-Videos-Videos. Gut. Ich habe nie mit dem Mann, der mein Flatschkarte im Gehirn. Ja komm, voll den Stunt. Das ist schrecklich. Oh Jesus. Wack, wack. Ah. Er erledigt. Keine Chance hat er. Ja. Ja. Ich schwere, die sie umbringen. Ja. 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 Na ja, ein Kopfsprung war das jetzt nicht gerade. Achso. Na. Ja. 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 Nein. Ist nur ein Knopf administrationsと思います. Ähm. Ja. 丈夫. Ist sicher. doch ein bisschen schneller na kommt sie es geht um deine tochter du schaffst das ich werde euch alle töten jungs ich bin ein schock der chip in seinen speedo sieht aber auch lustig aus oh no Wir werden sie verlieren, wenn wir hier weitergehen gehen. Wer sind die Leute? Oh, du weißt du, TV-People, Selebs, Serious-Druck-Dealers. Seitdem die TV-People und Druck-Dealers starten, zu hängen. Komm schon, Vater, es ist Los Santos. Geh, geh, weiter gehen. Fuck. Hey, verdammt, verdammt, wenn du dich in der Nähe gehst, dann werden die C-Sarke verabschiedet. Alter, was ist denn los hier? Geh, zurück, verdammt. Dieser First-Person ist manchmal nicht gut. Geh, zurück, du verdammt. Komm schon, lass uns gehen. Oh mein Gott. Sieht, das ist der Weg raus. Ihr habt keine Chance gegen mich. Komm schon, lass uns gehen! Oh mein Gott, sie sind weg. Oh mein Gott. Oh, das ist das Schlimmste. Siehst du, sie sind weg. Es ist okay. Ich nehme dich zurück zu deinem Bruder. Ja. Ja. Ich denke, ich mache echt Spaß. Bin ich mal selber gefahren schon. Okay. Nein, es ist nicht okay. Nicht überhaupt. Ja. Hey, wir sind live, nicht wahr? Es sind Psychos, die dich nicht töten. Psychos? Nur du kannst mir die Chance geben. Ja. Ja. Ich habe Leute, die sind in der falschen Party. Ja Baby! Komm, wir nutzen mal noch die Sprungschanze hier. Äh, hallo? Ui! Argo! Alles klar? Cool. Siehst du, es ist okay. Ich nehme dich zurück zum Gym. Es ist nicht okay, es ist schrecklich. Ich kann nicht glauben, du hast das mit mir gemacht. Woah, woah. Chill aus, Babe. Jetzt, was hast du gesagt? Ja, nein, nein, keine Sorgen. Es war ein Freude. Ich glaube, es war ein Freude. Du bist nur glücklich, wenn du gebetet hast. Nein, ich meine, du musst mich nicht bedanken, für deine Leben von diesen Maniacern. Du hast es nicht gesagt, du hast es verraten. Sie sind tot! Ich sehe diesen Traitor! Jimmy! Jimmy! You! You fucking asshole! Listen, he's the fucking asshole, okay? He smashed my TV, and he took me to the beach. The beach. With my skin. So what, you send him out to spoil my day too? I didn't know that he was gonna come get you. I just told him where you were. You know, he got that crazy look in his eyes, you know, like he gets sometimes, and he just went. I'm getting a cap. I'm coming with you. How about I just drive us home? You ruined my life. Oh Gott, was für ne Göre, ey. Na, super. Man kann's der Familie nicht recht machen, Michael. Egal, was man macht. Bestanden. Papas kleines Mädchen. Silber. Schnell wie ein Fisch. Jo, erstmal schöne Zigarre rauchen. Wo ist der Blair, Junge? Worte beschlagnahmt. Fahrzeuge können wir ja, okay. Ein Triathlon ist jetzt verfügbar. bloody Rekord. Kannst du hier. Ich habe corrode es. Anfänger! Like die VW sind da. Und dann sind wir endlich mal die, sie haben die, sie haben. Ich hab' den Hund dann auch Wasser. Sie haben andere Leute, dass Schlag hart zu? Oder vielleicht von hinten an. Yeah! Dann können wir uns ja gleich mal um die Mission kümmern. Das machen wir in der nächsten Folge.